Ein Leben ohne Sucht und Abhängigkeit ist ein absolut freies Leben, emotional und körperlich frei. Leider können aber nur sehr wenige Menschen diese Freiheit wirklich lieben, denn sowohl Sucht als auch Trauma sind zwei der häufigsten Probleme, mit denen die Menschen weltweit konfrontiert sind. Umso erstaunlicher ist es doch, dass es gefühlt so wenig Wissen und Angebote gibt, diesen Betroffenen zu helfen, ihre emotionale und körperliche Freiheit zurückzugewinnen. Mit meinem Mentoring-Programm möchte ich das ändern und Menschen unterstützen, ihre Freiheit wieder leben zu können. Und jetzt denkst du dir vielleicht, Abhängigkeit und Sucht ist überhaupt nicht mein Thema. Vielleicht kennst du aber jemanden, von dem du ahnst, dass Sucht und Abhängigkeit sein Thema sind. Dann sei so gut und leite ihm mein Mentoring-Programm als Information weiter. Allerdings ist es überhaupt nicht so leicht festzustellen, ob jemand davon betroffen ist, denn sowohl Sucht als auch Trauma sind zwei Themen, die mit unglaublich viel Scham besetzt sind. Betroffene versuchen das so gut es geht und sie sind meisterlich darin, zu verbergen, dass sie damit kämpfen, dass sie sich damit auseinandersetzen. Deswegen gibt es vielleicht nur kleinere Indizien, dass dir auffällt, dass jemand mehr trinkt, wenn ihr Party macht, immer trinkt oder dass jemand anfängt, sich mehr und mehr zurückzuziehen, an Verabredungen nicht mehr teilnimmt. Und Betroffene haben häufig entweder sehr, sehr gute Argumente, warum sie etwas unbedingt tun müssen oder warum sie etwas auf gar keinen Fall tun wollen. Vielleicht hast du aber auch Sorge, dass du familiär bedingt eine Affinität zu Sucht und Abhängigkeit entwickeln könntest. Dann ist dieses Mentoring-Programm auch etwas für dich, weil ich werde auch darüber aufklären, warum die DNA nicht das entscheidende Kriterium ist, ob du in eine Sucht rutscht oder nicht. Es gibt weitere Gründe oder weitere Aspekte, die ebenfalls wichtig sind. Ganz wichtig, Sucht ist keine Charakterschwäche. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal unbedingt formulieren. Denn das ist das häufigste Vorurteil, was ich immer wieder beobachte bei den Betroffenen, die sich dafür schämen, dass sie mit etwas sich auseinandersetzen, weil sie das Gefühl haben, sie sind einfach nur zu schwach. Es stimmt einfach nicht. Sucht ist eine Krankheit und daran kann man etwas ändern. Um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben in emotionaler und körperlicher Freiheit zu leben, gibt es mein Mentoring-Programm, das online stattfindet. Und ich werde darin nicht nur Theorie vermitteln über die körperlichen und emotionalen Zusammenhänge, wie du die Klopfakupressur anwenden kannst, wie du dir einen sicheren Alltag gestaltest, sondern ganz viele Praxistipps an die Hand geben. Nicht nur zur Klopfakupressur, sondern auch dazu, wie du dein Nervensystem ganz konkret ansprechen kannst, regulieren kannst mit vielen, vielen Tipps und Möglichkeiten. Wenn du nun spürst, das ist dein Ding, du möchtest einfach wissen, was du tun kannst, um dich absolut sicher dabei zu fühlen, bestimmte Zustände so zu regulieren, dass du nicht in ein dich schädigendes Verhalten rutschst, dann melde dich jetzt an, denn dieses Programm wird nur für zehn Teilnehmer stattfinden. Sichere dir jetzt einen der wenigen Plätze und ich freue mich natürlich, dich zu sehen. Ich will aber auch jetzt schon mal verraten, neben den gemeinsamen Gruppencoachings wird es auch für jeden Teilnehmer ein Online-Coaching persönlich ganz allein mit mir geben, indem wir nochmal in einem geschützten Raum deine Themen ansprechen können, wo du mir Fragen stellen kannst, wie du vielleicht bestimmte Dinge besser handhaben kannst. Also, jetzt deine Gelegenheit. Am 14. März geht es los. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe an dieser Stelle und weitere Informationen und die Möglichkeit, dich anzumelden, findest du hier unten, da unten.